Du stehst auf brutalem Hardcore mit sehr, sehr schönem Raw-Sound? Dann hör dir auf jeden Fall die Band Hostages an. Wir haben die Band nämlich jetzt das erste Mal in meinem Stream ausgecheckt und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu dieser Band sagst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Kommen wir zu Hostages. 7-Plex, geiles Logo. Ich bin sehr gespannt, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Okay, also was ist das bitte für ein basslastiger, basslastiger Sound? Das ist wirklich krass. Also das, das knallt schon übelst rein, ne? Und noch so dieses dünn, 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 iiii. Schön mit dem Double Bass jetzt. Schön mit dem 2-Step. Okay, ähm, what? Ich muss sagen, ich mag bei, irgendwie bei dem Song mag ich diesen sehr, sehr Raw-Sound. So richtig so, vielleicht auch so langsam so ein bisschen Demo-Tape-like. Das finde ich halt irgendwie richtig cool. Das passt halt irgendwie so sehr, sehr gut da rein. Auch nice Vocals. Hätten für meine, für meine Empfinden ein bisschen lauter sein können, aber meckern auf hohem Niveau. I'm done. Do what you want. Pull the plug. I'll kill you. Auch sowas halt immer ganz geil. Also du hast dann einfach mal so diesen, so ein Sample und dann kommt so ein richtiger Knall. Das finde ich halt fett. Aber halt auch vorher so ein bisschen so diesen, du hast so leichte Pig-Squills und so, so. Ja, so wirklich diese Pig-Squills. Das, das fand ich halt schon fett. Schöner Bild ab. Wow, auch schön dieses Geflüsterte so auf der, auf der rechten Seite. Das kommt durchs. Auch schön mit dem Bass. Es drückt, es drückt sehr schön. Das ist ein bisschen sludgy. Das ist ein bisschen sludgy. Geil, geiler Part. Ah, das hat nochmal richtig gescheppert. Das hat nochmal richtig schön gescheppert. Ich mochte halt wirklich so diesen, diesen Raw-Sound. So sehr sludgy teilweise. Fand ich richtig cool. Also hat richtig schön reingescheppert. Geile Parts, geile Two-Step, bisschen Breakdowns, bisschen Beatdown, bisschen dies, bisschen das. Fand ich geil. Auch irgendwie ganz cool irgendwie. Fand ich irgendwie passend, dass es halt wirklich nur zweieinhalb Minuten waren. So fand ich, ist halt wirklich so eine angenehme Zeit für diesen Song. Oder halt auch teilweise für dieses Genre. Aber geil. Also wirklich sehr, sehr fett. Hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also hat wirklich nochmal richtig, richtig reingescheppert. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.